Nachdenkseiten Die kritische Website Jeder Krieg wird an der Heimatfront medial verkauft Verantwortlich Jens Berger Dass das erste Opfer des Krieges stets die Wahrheit ist, diese Weisheit firmiert seit langem als geflügeltes Wort im deutschsprachigen Raum und ist durch vielerlei vortreffliche Recherchen, die ein trauriges Bild der Funktion unserer Massenmedien zu Kriegs- und Krisenzeiten zeichnen, belegt. Dass es um diese auch allgemein nicht sonderlich gut bestellt ist, haben unlängst Walter von Rossum, ja lügen die Medien denn nun oder nicht, und Eckhard Spoh, keine Demokratie ohne Demokratisierung der Medien, in Nachdenkseiteninterviews skizziert. Was aber tun? Wie entrinnen wir der Propaganda- und Feindbildproduktion? Zu diesen Fragen sprach Jens Wernicke mit dem Schweizer Friedensforscher Daniele Ganser, der in einigen Tagen in Berlin unter dem Titel Medienkompetenz »Wie funktioniert Kriegspropaganda und was kann man dagegen tun?« referiert. Herr Ganser, Ende Oktober referieren Sie im Kino Babylon in Berlin mehrmals zum Thema Kriegspropaganda sowie zur Rolle der Medien hierbei. Warum ist das Thema wichtig und worum wird es gehen? Das Thema Kriegspropaganda ist wichtig, weil wir tief in der Gewaltspirale stecken und sich immer mehr Menschen fragen, wie wir da wieder herauskommen. Wir müssen erkennen, Gewalt und Lüge gehen Hand in Hand. Wir werden nur einseitig und oberflächlich über die Gewaltspirale informiert. Wir haben Krieg in Syrien. Wir haben Bürgerkrieg in der Ukraine. Wir haben Krieg im Irak. Zudem Kämpfe in Afghanistan, Pakistan und Libyen. Viele Menschen leiden und viele Menschen flüchten. Heute ist es wichtig zu erkennen, dass auch der Westen, also die NATO-Länder, angeführt vom Imperium USA, eine Mitschuld an dieser Gewaltspirale tragen. Die Kriegspropaganda, die über die Zeitungen und das Fernsehen verbreitet wird, versucht diese Mitschuld des Westens zu verdecken, indem sie vorgibt, dass zum Beispiel die USA nur in den Krieg ziehen, wenn sie zuvor angegriffen worden sind. Im Vortrag werde ich in diesem Kontext den sogenannten Golf of Tonkin-Zwischenfall schildern, der 1964 zum Vietnamkrieg führte und auf einer Lüge aufbaut. Damals sagte US-Präsident Johnson im Fernsehen, Zitat, Als Präsident und oberster Befehlshaber ist es meine Pflicht, dem amerikanischen Volk zu berichten, dass wiederholte feindliche Handlungen gegen amerikanische Schiffe im Golf von Tonkin mich heute gezwungen haben, das Militär der USA anzuweisen, zu reagieren. Der erste Angriff auf das Schiff Maddox vom 2. August wurde heute, am 4. August, durch feindliche Boote wiederholt. Dieser neue Akt der Aggression gegen unsere Truppen zeigt, wie wichtig der Kampf um Frieden und Sicherheit in Südostasien ist. Es braucht Härte, um den Frieden zu sichern. Zitat Ende Heute wissen wir, dass es keinen Angriff auf die Maddox im August 1964 gab. Es war eine Lüge. Mit fatalen Folgen. Mehr als 10 Jahre Krieg, 3 Millionen tote Vietnamesen, 58.000 tote US-Soldaten. Ich werde auch andere Methoden der Kriegspropaganda aufzeigen, wie die ABC-Lügen vor dem Irakkrieg 2003, welche die Menschen in Europa und in den USA in Angst und Schrecken versetzt haben. Damals sagte ja der britische Premierminister Tony Blair, Zitat Der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Zitat Ende Nichts davon war wahr. Und wieder waren die Folgen fatal. Mehr als eine Million tote Iraker seit 2003. Immer wieder wird mit Lügen das Publikum in Angst und Schrecken versetzt. Also gezielt getäuscht. Auch die Terroranschläge vom 11. September 2001 werde ich ansprechen. Speziell den ungeklärten Einsturz des dritten Turms WTC-7 in New York, das nicht von einem Flugzeug getroffen wurde. Ich würde auch darlegen, wie die USA 1979 in Afghanistan gezielt radikale Muslime unterstützten, um die Sowjetunion in einen Krieg zu ziehen. Spikniew Brzezinski, Geostratege und damaliger Sicherheitsberater von US-Präsident Carter, verriet 1998 in einem Interview dieses brisante Detail zum Kriegsausbruch. Zitat Aber die Wahrheit, streng gehütet bis heute, ist total anders. Schon am 3. Juli 1979 unterschrieb Präsident Carter eine geheime Anweisung, um die Mujahideen zu unterstützen. Am gleichen Tag habe ich dem Präsidenten schriftlich mitgeteilt, dies würde eine sowjetische Invasion provozieren. Zitat Ende Die USA haben in Afghanistan gezielt radikale Muslime aufgebaut, um die Sowjetunion in einen vernichtenden Krieg zu ziehen. Als der erstaunte Journalist Brzezinski fragte, bereuen sie es, islamistische Terroristen unterstützt zu haben, antwortete dieser, das war eine ausgezeichnete Idee. Was ist wichtiger für die Geschichte der Welt? Die Taliban oder der Zusammensturz des sowjetischen Imperiums? Einige aufgescheuchte Muslime oder die Befreiung von Zentraleuropa und das Ende des Kalten Krieges? Zitat Ende Auch in Syrien werden heute radikale Muslime unterstützt, um Präsident Assad zu stürzen. Das Muster ist ganz alt. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das treibt uns aber immer tiefer in die Gewaltspirale. Diese Zusammenhänge sind vielen Menschen gar nicht oder zu wenig bewusst und daher werde ich dieses Thema im Kino Babylon ausleuchten. Wir müssen diese Mechanismen kennen und verstehen, um sie zu durchschauen und uns ihnen entgegenstellen zu können. Die Medien informieren also nicht sauber und allumfassend, sondern oftmals Interessengeleitet, insbesondere wenn es um Krieg und Frieden geht? Genau so ist es. Jeder Krieg wird an der sogenannten Heimatfront medial verkauft. Und zwar dadurch, dass man ihn als notwendig darstellt, als alternativlos. Doch Krieg ist nie alternativlos. Es ist normal und auch gut, dass wir als Menschen immer Konflikte haben, denn an Konflikten können wir wachsen. Aber wir haben immer die Wahl, ob wir die Konflikte mit Gewalt oder ohne Gewalt lösen möchten. Es gibt immer diese beiden Alternativen. Ganz konkret, die Bundeswehr musste nicht nach Afghanistan. Das war kein Naturgesetz, sondern ein Entscheid von Menschen. Als Alternative hätte man die Bundeswehr zu Hause lassen können, um zuerst die Ursache für den Afghanistan-Krieg genauer zu untersuchen und somit abstellen zu können. Hätte man dieselbe Menge Geld und Zeit, welche der sogenannte Krieg gegen den Terror seit dem 11. September verschlang, etwa in der Analyse der Gewaltspirale investiert, wären wir heute an einem anderen Punkt. Aber leider macht das US-Imperium und machen auch die deutschen Medien immer massiv Druck, man müsse jetzt dieses oder jenes Land sofort bombardieren. Das ist aber falsch. Die Kriegspropaganda führt uns immer tiefer in die Gewaltspirale hinein. Tatsächlich aber können wir die Medien auch nutzen, um aus der Gewaltspirale auszusteigen.